Liebe Birgit, warum nimmt Sonnkla.tv am Vordenker Kongress und an die Wirt Innovationsball in Essen teil? Weil ich glaube, dass wir gerade mit der Marke und auch im Zusammenspiel mit unseren Reisebüros genau das sind, Vordenker und innovativ in unserem Auftreten. Was bedeutet für dich die Partnerschaft mit Sonnkla.tv und dem Vordenker Kongress? Wir haben eine sehr, sehr starke und bekannte Marke und wir haben die Möglichkeit das Image Reisebüro über unser sehr innovatives Konzept, was den Kunden sehr emotionalisiert und inspiriert, eben wie Sonnenkla, entsprechend darzustellen. Und was wir hier verknüpfen, nämlich das Thema Bewegtbild Emotionen mit der digitalen Veränderung, das ist sehr innovativ und das zeichnet uns aus.